In einem SUV wie diesem Hyundai kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein leistungsstarker Benzinmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet und das Auto ist mit nützlichen und angenehmen Extras ausgestattet. So etwa einem Panoramadach, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Dieses Auto ist zusätzlich mit Dachreling, einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017